Radio SAW haben wir Karten geschenkt bei Radio SAW. Kommt rein, liebe Freunde, kommt, kommt. Das ist euer Radio SAW-Familientag. Viel Spaß! Wir beide, wir gehen jetzt, guckt doch mal ein bisschen motiviert. Wir beide, wir gehen jetzt Achterbahnfahrt. Los, du musst mir das jetzt ganz gut machen. Ich hab so Angst. Das hier ist die Goldschürfstation. Hier kann man richtig Gold schürfen, da kommt das Wasser. Hier unten im Sand sind dann die Stücke verborgen, ja, die wertvollen Schätze. Niklas, du musst mir mal erklären, was muss ich hier genau machen? Den Sand und die Schüssel machen mit ein bisschen Wasser. Und dann immer hier so ein bisschen raus, bis man welche findet. Oh, da war eins, ich hab eins gesehen. Da guck, oh, zwei sogar. Wahnsinn! Der Radio SAW-Familientag, unser Partner, das Skoda Autohaus Liebe. Und wir sitzen im neuen Skoda Octavia und der ist auch richtig groß, oder? Das war ein toller Tag hier. Wir sagen, es war ein toller Tag hier. Und dann, danke Radio SAW! Danke Skoda Liebe! Danke Pilates! Aaaaiiii! Raraio SAW!